Hallöchen von Herzlich Willkommen zu einem neuen Angespiel von Ronin, The Last Samurai mit einem blauen Auge. Guckt er uns an und mal gucken, was wir hier im Spiel so schönes machen können. Haben wir uns was schön gezeichnet? Gefällt mir? Tipp und halt die Blocktast, um gegnerische Angriffe abzuwehren. Aha. Blockenvorsorge, Haltungsdamage, aber kein LP-Damage. Die Gäste, die Haltung ist voll, wirst du betäubt begehen, das ist ebenso. Aha. Ja, okay, da muss ich kurz, ähm, keine Ahnung, A und D, D angreifen, A verteidigen. Die Crit-Rata erhöht sich bei Angriffen auf betäubte Gegner. Huah, 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 huah. Jetzt, ja, gut. Parierenvorsorge, bei Gegner riesigen Haltungsdamage, ohne dass du selbst Schaden nimmst. Aha, okay, cool. Oha, nice. Oh. Distanzangriff. Selbst wenn du blockst, okay. Können pariert werden, aber du verursachst kein Haltungsdamage mit dem Gegner. Tüte Distanzen gehen zuerst, um dir im Kampf Vorteile zu verschaffen. Tipp und zieh die Blocktast, um zum Schützen zu gehen. Ah, okay. Bam. Mhm, doch sonst gab es das Thema auf jeden Fall. Gefällt mir. Wer ist denn da? Anzulner, du kannst sofort treffen, dass du dich in diesem Leben gerätst. Er wurde getötet. Eigentlich in der Sitzung schwere Angefallen, kurz bevor, kurz vor diesen erscheinen spezifische Zeichen. Vorsicht, tippt die Blocktaster. Schwere Angriffe können nicht pariert werden, sie verursachen Schaden, auch wenn du blockst. Tipp diesmal kurz bevor der Angriff einschlägt, die Angriffe-Tast, um den Konterblitz auszuführen. Oha. Der Konterblitz weicht einen schweren Angriff aus und verpasst im Gegner einen kritischen Treffer. Gern für den Gegner mit einem schweren Angriff anhalten, die Angriffe-Tast, um den schweren Angriff loszulassen. Der Schwere Angriff kann den Blocktaster durch den großen Schaden einrichten. Jetzt ist deine Zeit im Gegner, dann wahre Stärke zu sein Tipp und die Fertigkeitstaste. Fertigkeit, Konzentration. Sobald deine Fertigkeit aktiviert ist, erhältst du für die Wirkdauer eine Spezialkraft. Greif den Gegner an. Nice. Okay, dann wollen wir noch auf 1 tippen, würde ich sagen. Zack, 1. Name. Los geht's, werden wir uns rechnen. Wir müssen 5 von diesen Reiskuchen als Ausdauer nutzen. Erster Abschnitt. Keiner hat eine Chance gegen mich. Piss dich! Oha, wie cool ist das denn bitte? Boah. Puh. Close. Gefällt mir. Das ist cool. Fähigkeit aus den Falken, aber Konter, Blitz und Parieren lassen sich Leiste ausführen. Steigung Lebenskraft, steigende Wirklichkeit. Ich würde sagen, Konter Falken auch klingen, das ist interessant. Es scheint ein Roguelike zu gern sein, Mann. Ist mal der da weg, perfekt. Ja, bis mal ins Gamer Radio, das dauert echt Ewigkeiten, Mann. Vierter Abschnitt. Ach, jedes Mal dieser Typ da hinten. Ah, stimmt. Ich kann auch einen Schmerzattack machen. Nice. Au, ich habe zu viel Leben verloren. Ungeil. Blitzschrift, Tonne Wachstum. Konter Blitz Damage erhöht sich um 15%. Bestimmt, wenn man so ein Kampf beteiligt, muss man aufregen, hat sich um 2 Sekunden. Crit Damage erhöht sich um 35%. Let's go. Neh, mal Crit Damage mit. Ah, okay, ich muss auf das Zeichen warten, ne. Oh, ist aber close, ey. Wahrscheinlich einfach nur Spam, ne. Einfach Spam. Verhüllter Vagabund, Vampir-Schwert, fügst du am Gamer den Schaden zu, wenn deine LP um 5% des ausgesehenen Schaden wiederherstellt oder Hingabe. Haltungsdamage erhöht sich um 100%. Aber halt davon, ne. Vampir-Schwert finde ich cool. Diese Kraft gehört dir. Na, das war jetzt irgendwie nicht cool. Mann, ich hatte so eine schöne Waffe. Um stark gegen das Besegen ist Training nötig. Berühr die Taste Training mit dem Training zu beginnen. Ah, das hat was von Archerow. Eine Fähigkeit kann zu Beginn des Kampfes ausgewählt werden. Take it now, ne, wir haben mit. Sondermission, ne, wir haben mit, ne, wir haben mit. Aha, aha, aha. Auswahl großer Rüstung, ein Vagabund-Tuniker. Lieber ein bisschen Crit-Rate dazu bekommen. Pariere 50 Mal erfolgreich, 520 Mal erfolgreich parieren. Ne, Kontopletze einsetzen. Oh, weia. So, ein bisschen Energy kriegen wir hier mit. Sonderangebote. Heutiges Paket. Kostenlos, gratis, Edelsteiner. Ah, schon eine geile, geile Animation, muss man schon sagen. Gefällt mir. Dann muss ich über Werbung gucken. Kein Bock drauf. Die von dir erworbenen Auslösung in Essenzen wird deiner Sammlung hinzugefügt. Der hat seine Belohnung, wenn du ein neuer Geschenk hinzugefügt bist. Für jede Verwissung der Auslösung um 10 Stufen gibt es eine Belohnung. Wie? Ich krieg echt Angriff dazu, ja. Aber wo Angriff auf die Waffe? Ne, ne? Allgemein wahrscheinlich. Angrifffluss 10. Aber nicht für die Waffe, oder? Ne. Also, jetzt mache ich immer grundsätzlich immer mehr Schaden, ne? Müsst ihr irgendwo stehen, meine Stats? Mhm. Stehen wir das jetzt hier irgendwo? Ronin. Hier, 150 Angriff. Ja, nice. Musst du nochmal aus, das Ding? Gehen zum Training. Und werden das nochmal nutzen? IP-125. Ah, geh weg. Heilige Schriftrollen, die ich gerade bekommen habe als Belohnung, ja? Okay. Tägliche Mission. Teufelfeinde 5 Mal. Wende ich einmal im Spiel an. 3000 Gold gibt es dafür. Oh, nehme ich mit. Und Chronik des Kampfes. Will kein Geld bezahlen. Erste Belohnung. Kriege ich aber auch nur mit Geld, ne? Oder? Ne, hier. Der Pfad des Rhone ist kostenlos, der Pfad des Kriegers kostet. Jetzt haben wir ja wieder 3000. Angefährte in 25. Train dreimal abgeschlossen. Stufe erreicht, dreimal verfügbar. Ach so, jetzt muss ich auf wieder ein Level abkriegen, oder wie? Let's go! Taumeln. Ich weiß nicht so genau. Ich mag gerade diese Schützenmark, ich hätte überhaupt nicht, ne? Die gehen mir super auf den Sack. Ja, das ist natürlich schwierig. Weil ich mich halt nicht so richtig bewegen kann. Also. Ich müsste ich halt die Maus nutzen. Ich mag halt gerne mit Tastatur spinnen. Aber hier müsste ich mich halt bewegen. Sollten wir aber betäubt werden, wird's etwas verringert. Gott, Alter. Weg mit dir, du Lappen. Abschnitt 4. Er hat einen schweren Angriff, ne? Na, hat er nicht. Aua. Hätte ich mir noch, hat er mir noch angegriffen, dann wäre er betäubt gewesen. Der P.O. Und um 30%. Kritte, man schaut sich um 35%. Ich spame ihn einfach zu Tode. Easy. Wenn es nur einer ist, ist ja easy. Das war gar nicht. Was hast du Schönes für mich? 1 2 prozent eingeführt besiegt sind gegen das weißen tig ist anders gestellt um acht prozent bis zu dreimal wenn alle gehen auf dem chef ohne selbst schaden zu nehmen ich glaube nicht dass ich ohne schaden zu nehmen durchkomme das hat ich doch schon wieder sehr für unwahrscheinlich jetzt hätte ich ohne schaden okay zwei prozent die stürmreichweite erhöht sich bei sturm angriffen verursacht immer crit damage bei starken wieder so kennt auch blitzer wird um 100 prozent erhöht sich um 15 prozent als erstes würde würden wir unsicher gewesen sagt alles cool aus aber schön blitz hinterher keine sache abschnitt 8 ich erst mal zudem dann einfach ein messer gepiext damit doch angegriffen wir sind bei 850 waren aber 802 glaube ich ermöglicht eine wiederbelebung auch nicht verkehrt ein kleiner revive falls wir sterben sollten aber wir können drücken oder was es gibt keinen grund mehr zu sagen nach kommt schon oder da ist ja viel schaden macht der dud nice kommt hört ihn jetzt aber wie lange brauchst du denn wir können uns nicht nutzen der geist das gefangen ist eine von hass erfüllt es kann durch den ersten sieg über einen geschlagen gehen erlangt werden kann zwar von meisterschaft verbraucht werden max stufe hört sich um 200 ep gewinnert sich um 60 prozent was gut nächster abschnitt wie oft die mich jedes mal ist dann mittlerweile ich habe sie mit dem konter so wie noch richtig raus was wenn ich hier drauf passiert auch nix na das geht muss schon muss schon warten bis ich gemäxt bin alter ist das fies boah ich hasse euch schützen ihr feigen dreckigen scheißschweine naja boah ist das dumm mit diesen schützen wirklich seid ihr widerlicher drecks wichser so wir haben hier material bekommen können das jetzt aufrüsten ja gut also vor keine ahnung muss schon wirklich wirklich krass gut sein dem glaub ich haben wir weiter zu kommen dass der art schon scheißdreck dagegen ich stelle für musiken gegen die rp wieder her wenn sich die rp dann hätte ich ja ok haustier effekt ich finde das hier gar nicht so verkehrt ziehen wir es gleich mal an weil das egal ist weil ich eh nicht mehr weiterspielen werde wir haben einen meisterschaftspunkt taijutsu reißt 10 angst verhört taijutsu lebendiger rp ausweichen alle angstgeschwindigkeit erhöht um 50 absorbier mal ja und so kann man es immer weiter machen wir sind gleich level 2 wahrscheinlich kriegen wir einfach ein paar mehr weiß nicht max max energie oder so dazu wir werden es nicht erfahren wir müssen bis zu 20 abschnitten kommen um kapitel 1 abzuschließen da ist heftig da muss man glaube ich schon ordentlich ach so und ich kann natürlich durch durch level 2 da mehr trainieren stufe erreicht dreimal das kampf ist wieder her für zu bringen das kann man sich fertig um 5 prozent beteiligungsdauer von generativen ein prozent crit damage erhöht sich crit rate erhöht sich haltung erhöht sich ausweichen erhöht sich auslösen auslösen leistung erhöht sich um die chance zwar bis zum material zu erhalten erhöht sie nach kampfen um 28 prozent er ging einfach die auslösen items mehr werte ein prozent ja also an sich ist das spiel also sieht schon interessant aus aber wahnsinnig schweres kampfsystem holy shit vor allem diese ekelhaften sniper jedes mal die sich interrupten wenn sie bock haben das gefällt mir gar nicht außer verwässerungsmaterial ich kann nicht auswählen ok kann ich von einem nicht irgendwie 10 nehmen ist irgendwie einfacher glaube ich oder naja meine lieben freunde aus fast gewissen mit ronden der letzte samurai danke für den vorschlag interessantes game aber halt super 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 schwer und da würde ich vermutlich eher lieber archer oder ähnliches spielen statt diesem spiel wir haben es trotzdem gefällt das style ist halt echt cool ne dann zieht es euch gerne rein gibt es kostenlos im playstore und bis zum nächsten mal Leute ciao 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 ciao